Ja und willkommen zurück zu Dungeon Siege 1, dem Addon Legions of Arana. Es gibt nichts Neues hier zu erzählen. Das letzte Mal waren wir ja hier und haben dieses Gebiet noch erforscht und jetzt, ja, ich glaube ich habe alles aufgedeckt, was aufzudecken war. Und so werde ich das auch weiterhin halten. Ja genau, deshalb Ratten beschwören und Nige wird dann die Gegend erkunden. Ok, dann schalte ich das Mikroreder aus und bis später. Ich werde es tun. Jawohl! Ich werde es tun. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin allzeit wachsam. Das war's für heute. 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 Ich werde ich... Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. für heute. Das war's 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 für heute. Ja. Das war's für heute. 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 Ich erledige das. Ich werde es tun. Nichts wie hin. Sofort. 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 Ich werde es versuchen. Sofort. 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 Geht nach. Jo, das haben wir schon ein paar mal gehört, irgendwas mit dieser großen Uhr, da hat es was auf sich. So, jetzt kommen wir auf, treffen wir auf neue Gegner. Und auch hier wieder. Okay, dann schauen wir morgen. Ich werde es versuchen. 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 Ich bin allzeit wachsam. 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 Was ist das? Das war's für heute. 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 Der Sieg ist unser... Ach ja, ich hab mal wieder vergessen, hier umzuschalten. Ich hab die Waffen ausgewechselt hier, beim Hauptkarakter und bei John da und sofort hielten sie natürlich als Nahkampfwaffe ab. Ich wollte jetzt haben... Ich hoffe... Nee, ist nicht viel aufgestiegen. Nee, ist nicht viel aufgestiegen, das ist doch gut so. Ja... Ja, das könnte sein, das könnte sein, das ich das ein paar Mal vergessen werde wieder. Ist mir sehr gut in Erinnerung. Das verpasse ich beinahe jedes Mal, wenn ich die Waffen auswechselt, dann schaue ich plötzlich... Ich vergesse ich hier wieder umzuschalten. Ich vergesse ich hier wieder umzuschalten. Ich vergesse ich hier. 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 Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. ein guter Gedanke. Wenn es sein muss... Sofort. 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 Sofort erledigt. Jawohl! Jawohl! Das war's für heute. Das ist der Fall. Es ist so, wie wir uns. 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 Wir. 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 bisher auch in den ein guter gedanke keine sorge ich gehe sofort wie ihr wünscht ja wenn es sein muss wie ihr wünscht wie ihr wünscht wie wie Das war's für heute. Aber natürlich. Jawohl. Wir sind schon zu lange untätig. Ja? 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 Ich werde es tun. Ich werde mein Bestes geben. Super. Haltet ihr das wirklich für klug? Oh ja. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist wieder arg. Was für arg. Wo hast du noch Platz? Gehen wir das mal hier hin vorläufig. Ja, der würde mir auch gut stehen hier. Aber er bringt nichts bei mir. Also. Dann nimmst du den. Du hast hier schon zwei. Also. Du hast jetzt neu. Drei Chancen Nahkampfangriff abzuwehren. Zwei Rüstungspunkte zusätzlich. Vier Prozent Chance Nahkampf abzuwehren. Zwei Rüstungspunkte. Hm. Ah. Wenn es vier Objekte sind. Jetzt hast du drei. Alles klar. Ich habe verstanden. Alles klar. So. Also. Dann fehlt hier noch mindestens ein Objekt. So. Ich lasse das mal so. Vielleicht finden wir bald unsere Fernschützen. Dann wird diese die Fernschützen die Auxleder halten. Das ist besser gehandelt für eine Fernschützen. Aber solange es keine bessere Rüstung gibt. Wird diese diese Rüstung hier behalten. Das geht schon in Ordnung. Und. Was habe ich neues? Schwächen. Das brauche ich nicht. Äh. Nahkampfraben gegen Untote brauche ich auch nicht unbedingt. Weg. Zwei haben wir schon. Und auch weg. Wie sieht es mit deinem Platz hier aus? So. Dann hast du noch einen Platz hier. Und du hast noch keinen Platz mehr. Ja. Eisenfaster ist die Stellkid eines Gruppenmitglieds Nummer 1. Brauche ich nicht mich damit länger zu befassen. Das ist zu zeitaufwändig. Und. Du hast. Oh. Naja. Du bekommst noch vier. Tränke von mir. Ja. 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 So. Und. Befortgeschicklichkeit 14. Ist das sowas? Ne. Noch lange nicht. Trotzdem werde ich es mal dir übergeben. Geben. Hmm. Und was ist das Schlag? Reichweite 2. Das sind wirklich viel zu nah am Gegner. Ne. Das behalte ich nicht. Das will ich nicht. Ah ah. Nichts für mich. Also. Dann haben wir hier Aorgs Los. Ein weiteres Fragment des Tagebuchs eurer Mutter. Dieses Land ist erstaunlich. Die Pflanzenwelt ist so vollig verschieden von Aorg, dass die meiste Zeit im tiefsten Winterschnee vergraben liegt. Hier werden wir von gewaltigen Bäumen und anderen Pflanzen überhakt. Die Wesen greifen uns am Strand an. Thorn bezahlte seine Treue mit seinem Leben. Ich versuchte ihn zu hätten, als er noch lebte. Ich ließ meinen Schild und mein Pack fallen, um in der Lage zu sein, Kthon zu bergen. Aber er starb, noch bevor ich das Meer aus den Augen verlor. Das Heer der Ächsen machte es unmöglich, danach meine Ausrichtung zu bergen. Vorerst muss der Schild als Mahnmal für Kthon zurückbleiben. Ich werde versuchen, ihn wiederzufinden, wenn ich nach Aorg zurückkehre. Unsere Utreischen Freunde haben unserem neuen Feind einen Namen gegeben, Zauraska. Diese Echsenwesen sind wilde Krieger, die in gut organisierten Gruppen kämpfen. Es wurde uns erzählt, dass sie von einem Großkönigern geführt werden, das sich Nosyrom nennt. Dieses Wesen hat angeblich nur ein Ziel, die feste Emmerat zu erobern. Das spricht für immensen Ehrgeiz. Ab jetzt stehen wir auf der Seite dieses merkwürdigen Magiervolkes und wir werden nicht zulassen, dass die Zauraska unsere Freunde besiegen. Ja. Okay. Alles klar hier. Ja. Diese Höhle ist erledigt. Glaube ich. Ja. Hier ist nichts mehr. Hier geht es auch nicht weiter. Also dann muss es draußen irgendwo weiter gehen. Hier haben wir alles. Hier unten. Ja. Das ist dieser Rundkreis. Genau. Jetzt geht es, gibt es verschiedene Wege. Also. Hier entlang nicht mehr. Hier entlang geht es, ginge es weiter. Hier geht es auch nicht weiter, aber hier unten, hier nach unten. Jawohl. Okay. Dann kann ich dieses weglegen hier. Geschicklichkeit 14. Erreichst du das überhaupt, Geschicklichkeit? Ne, das reicht sowieso vorläufig nicht. Also weg mit dem auch. Ja, ein Händler wäre nicht schlecht hier in der Nähe. Aber ich habe noch genug Getränke bei mir. Und ich habe noch genug Platz, glaube ich. Hier der Rucksack ist hier voll. Aber hier habe ich noch viel Platz auch hier. Und hier habe ich auch noch genug Platz. Ja, ich glaube das könnte noch für eine Aufzeichnung reichen. Also dann würde ich hier mal speichern. Das ist oder war Video 8. Ende Video 8. Okay, dann sehen wir uns ja vielleicht das nächste Mal wieder, wenn es hier nach unten geht. Oder wenn ich dann ganz vorsichtig das Gebiet hier besser konnte. Ich weiß selber nicht mehr, wo es wirklich lange geht. Wo der Hauptweg ist und wo es irgendwie wieder in Sackgassen führt. Ich muss da etwas aufpassen. Also vielleicht sehen wir uns wieder. Bis dann.